hey leute willkommen zurück bei let's play dead space mit mark und pierre so ohne umschweife geht das jetzt hier haben wir alles gesammelt wie ohne lang um den heißen wir haben alles gesagt wir im kranken wie ein großer monster viel schatten wenig licht hier im dead space ist aber auch nicht so aus ja kommt ja lassen sie mich helfen bitte ich bin arzt ne aber wie gesagt ist echt wir machen immer alle kaputt einfach weil diese rochen sind so nervig manta rochen das sieht gefährlich aus cool das ist ein fall für stase glaube ich was ist das ein schema für ein großes medikits tatsächlich ganz praktisch große medikits sind ja laden ja schon ziemlich viel auf schau jetzt erstmal wo wir so lang können was das immer was ist denn hier links noch wir können also schauen wo man das muss gerade aus wir schau dich mal links um ich glaube da war noch da war noch da hinten ist doch zu viel eck da jetzt darüber zu gehen natürlich das hatte ich okay jetzt weiß ich zumindest wieder schluss muss die grenze herausfinden kommt noch einige an gelaufen okay muss noch aus für die funktionär die plasmatik ja ziehe ich alles herzlich alles soweit gibt es glaube ich nicht rüber aber wir sehen es ja gleich ja genau wie gesagt die kiste da drüben waren wir zu viel stress brauchen wir dringend ist aber absurd normalerweise passiert das nicht so häufig dass man die falsche munition bekommt also es passiert natürlich schon da so viel brennstoff munition wie wir schon gefunden haben okay da kann ich mich aber erinnern dass das ich da immer irgendwie viel gefunden wir haben eigentlich relativ viel munition für die plasmacarta benutzt den mal war für die für die wir haben gerade schüsse gefunden weil gerade für die da reicht ja wirklich ein plasmacarta schuss das wäre dann schade wenn wir da die strahlen munition hernehmen wobei der klasse plasmacarta mittlerweile wahrscheinlich schon mehr schaden macht als strahlengewehr so oft wie wir den schon geupgradet haben das stimmt naja mehr schaden wird er im leben nicht machen aber macht schon einigermaßen schon flackert es hier ein bisschen zu sehen gerade ein bisschen schlecht ja und das klingt doch später nicht so lecker ach da drüben vielleicht kannst du das auch wieder zu uns rüber ziehen dann weil er hat auch wieder strahlen wo ich mir eigentlich sicher bin dass wir da noch mal irgendwann landen ach tatsache ja da geht dann die chinesi egal ja weißt du das war jetzt dreimal so lang aber wir du willst mal einen kleinen radioaktiven ball fünf meter befiegt was suchen wir gerade irgendwie so ein energieknoten oder sowas für unser shuttle mit dem wir entweder fliehen oder was zurückbringen oder beides mal schauen oder verderben über die ganze menschenschaft bringen aber irgendwas man auf jeden fall machen und wie es leider irgendwie keine verlässliche möglichkeit gibt necromorphs in diese in diese luft dinger zu machen ja quarantäne das kommt direkt auf dich zu hallo wie wärs mal einmal wenigstens ich weiß nicht worauf du gerade also ich weiß was du gerade getroffen hast aber seine beine waren sicher nicht weil ich noch eine da sonst ein kleines fisch ja klar würde war schlau ja hinter mir sind auch welche kurs hat schon und dann ist rechts von dir noch mal 1 halter ja immer die waffe ist immer leer halt er hat halt nur sechs schluss ja rechts von dir ja hallo wie wärs mal also krass ist immer so wie die immer so rumglibbern ok stell dich doch mal in die ecke zur sicherheit ja so langsam gehen wir die schluss raus ich glaube wir hätten ein bisschen mehr mit den kanistern arbeiten müssen hier rumliegen ja so wenig munition wie ich aktuell habe muss ich das wahrscheinlich auch bald die reichweite nicht unbegrenzt sammeln wir fleißig ein es wäre mal ganz schön krass wenn sie es mal so machen so aus den powers mich so lockdown auf lockdown eingeleitet lockt und abgeburt nackt entleerung abgeschafft abgibt entleerungsphase abgeschafft ach man lade mal alle waffen nach die waffen ich bin mir nicht sicher die andere kann ich nicht nachladen weil ich keine munition auf also zu wenig zumindest als dass es so hat haben doch gerade wieder ein paar schoß gefunden ja wir warten jetzt erst mal bis ich alles aufgesandelt habe und dann laden wir nach Na gut. Und ich 100% noch durch diese Teile einmal laufe. Dass du kräftig mit dem Kopf in die Wand geklatscht wirst. Oh, Textlock. Ich kann schon lesen. Also... Un, Commander Cardigan. Operation White Light. Schraubplatz. Planiert wird nach... Säuberung. Zielsäuberung, also... CEC-Schiff USG Ishimura verstößt gegen Befehle der Regierung. Sie sollen ein Marker 3R geborgen haben. Special Ops hat das... Ich glaub das soll A heißen. Was, wirklich? Marker 3... Ja gut, vielleicht auch A. Special Ops hat das System bestätigt, konnte aber keine Planetenkoordinaten zur Verfügung stellen. Special Ops empfiehlt Vorsicht. Sie wären ja super vorsichtig. Wenn Marker 3R geborgen wurde, wäre eine Infektion durch tödlichen Organismus eine wahrscheinliche Gefahr. Setzen Sie den Schockantrieb zum Aegis-System ein, begeben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ortung und warten Sie auf ein Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Ja, da warten wir schon. So war das also. Hier ist ein Schub. Ich weiß. So... Interessant. Das heißt, das sind eigentlich Regierungstruppen, die da waren, um uns praktisch abzufangen oder einzufangen und halt die Gefahr zu dämmen. Ja. Und dann werden die von einem winzigen Necromov kaputt gemacht. Mann, 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 ich weiß ja nicht. Sag mich sowieso, wie die Leute infiziert haben, so, das war ja nicht diese Rochen oder was. Vielleicht hat sie sich auch einfach alleine getötet. Alle. Jeden einzelnen. Weil die dumm sind. Wo kommt denn die anderen her? Ja, das ist ja ne gute Frage. Aber vielleicht, das kann ja auch sein, weil die jetzt bei uns ins Schiff gecrasht sind und jetzt ja nah am Marker sind oder so, keine Ahnung. Das entscheiden die Spieleentwickler nach Lust und Laune, Marker. Das ist wirklich so. So, erstmal Shopping. Aber nicht wieder alles für Plasmamunition ausgeben. Nein, aber ein paar würde ich schon kaufen, so 20 Schuss oder so. Definitiv. Also, ich weiß nicht, kauf mir einen Energieknoten. Ja, find ich gut. Äh, Moment, Thomas. Auf jeden Fall brauchen wir Stammunition. Ja, kauf da mal. Eins, zwei, zwei. Das reicht, glaub ich, schon. Kauf nicht so viele. Und dann würde ich Plasma-Energie kaufen. Ja, nochmal zwölf Schuss mindestens, ja. Okay. Boah, du gibst mir unser ganzes Geld für Quatsch aus. Immer für Süßigkeit. Wer braucht denn Munition? Haben wir nichts, was man noch verkaufen kann oder so? Ich hab jetzt nicht geschaut, während du Shop-Management gemacht hast. Ich hab jetzt aus unserem Inventory eigentlich, glaub ich, alles raus, was wir verkaufen können. Aber wir könnten mal im Safe schauen. Ein Luftkanister zum Beispiel. Sicher, absolut sicher. Nee, obwohl das... Ach, jetzt hab ich's mitgenommen. Ja. Die beiden kleinen würde ich jetzt wieder reinpacken. Ja, brauchen wir im Moment eigentlich nicht. Wir können Impulse-Projektieren. Wir nehmen die Waffen nie wieder. Ja, dann verkauf sie. Ja. Sollen wir die Waffe auch verkaufen? Ja, wenn wir sagen, wir nehmen sie nie wieder, dann verkauf sie. Aber dann machen wir auch wirklich... Dann sind wir hart. Konsequent. Ich hab die ehrlich gesagt nicht vermisst. Am nächsten Speicherpunkt... Oh Gott, warum haben wir keine Pulse-Projekt? Gleich wieder kaufen im Shop. Für doppelt so viel. So gibt mir das Privaten auch immer sehr häufig. Wir hätten eins von den kleinen Medikids gleich mal nehmen können. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so doof gewesen. Haben wir jetzt eins im Inventar? Nicht, gell? Äh, nee. Wir haben nur die größeren. Aber die können wir eigentlich... Effektiv, wir können ein mittleres auch schon nehmen. Ja, stimmt schon. Dann nehmen wir ein mittleres. Das ist ja nicht mal voll. Ja. Ja, wer weint denn da immer rum? Weiß ich hab das... Immer diese Hilfsbedürftigen, das ist wirklich... Erst mal speichern, dann Leichen kaputt machen und dann weiter schauen. Und dann diese und andere spaßige Angelegenheiten. Ich werde dich jetzt gleich kümmern. Ja. Nein, kaputt. Ich hab keine Motion Sickness, aber der wird echt grad ein bisschen schlecht für diesen ganz nach oben den Wackel hier. Ja, es flimmert und flackert alles ganz schön gerade. Alter. Das können wir eigentlich gleich benutzen, das Stase-Pack. Das stimmt. Wir sind eh im roten Bereich. Warum liegt das nicht auf Hotkeys? Das regt mich wirklich mal an. Stase? Ja. Zum Regenerieren von Stase gibt es keinen Hotkey. Also zumindest hab ich den nicht gesehen vorhin. Ach, immer diese Heulerei hier. Mir geht's so schlecht, die Necromos wollen mich alle fressen. Das wollen die uns auch schon seit Stunden. Nicht geschlafen, waren seitdem nicht auf dem Klo, also... Also sowohl im Spiel als im Real Life. Also der Ingenieur macht das schon ziemlich gut. Glaubst du, der hat irgendwas, äh... Der hat, wenn er mit Pissen muss, irgendwas in seinem Anzug drin? So ein Schlauch am Bein. Das kann gut sein. So wie bei der Tour de France gemacht. So ungefähr, ja. Alter, jetzt wird's doch ein bisschen übertrieben hier. Irgendwann wackeln. Oh, mein. Schau mal, wo der gerade weggelaufen ist, oder wovor. Müssen wir wohl hoch, na gut. Da war noch ein Schrank, rechts. Ach so. Also komm da bestimmt noch mal vorbei. Kannst du es wirklich schon auskennen? Wieso? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an nichts, weil ich spiele das Spiel ja schon gesagt zum ersten Mal. Aber wahrscheinlich muss man das einfach nutzen, um... Oh, oh. Junge, Junge. Mach keinen Unfug. Okay, der geht glaube ich nicht so weit. Hm. Ach komm. Von dem kleinen bisschen was da durchkam. So. Muss man die alle kaputt machen, damit es aufhört wahrscheinlich. Ich meine, dass wir uns auch mal links schieben. Alter, das ist doch immer lächerlich. Das entscheidet das Spiel nach Lust und Laune. Das ist wirklich so. Da vorne ist noch ein, da sind noch zwei sogar. Ich kriege das von hier, ich versuche es jetzt einfach einmal. Nein, hoffentlich nicht. Zieh es mir noch ein Stück zurück. Ja. Ich schrette gleich wieder rum, weil er getroffen wurde. Nein, verdammt. Das war ein bisschen zu weit. So, jetzt. Noch eins. Da müsste zumindest die Seite ja aus sein. Und wenn es so funktioniert, dann ja. Ach. Schauen wir mal. Erstmal muss halt alle kaputt machen. Das kann schon sein. Ja. Das ist auf der anderen Seite der gleiche Spaß. Oh, das war knapp. Also gefühlt war das recht. Fühlt ist in dem Spiel immer alles knapp. Vielleicht kannst du es ja nach links ziehen. Ja, kannst du auch. Das ging doch vor allem nicht so gut, oder? So. So. Alter, jetzt geh nicht immer so weit. Ach. Der driftet immer so nach links ab irgendwie. So. Das war schon mal einmal. Ja. Ja. Da sind jetzt die Flammen um ihn rum, aber da passiert ihm nichts. Aber wie? Ja. Und wenn das Spiel entscheidet, du kriegst Schaden, dann kriegst du jetzt Schaden. Und zwar nicht zu knapp. Ja. Das hat jetzt was geworfen. Ja. Hat aufgehört. Ist ja gut. Ja. Pff. Dann gleich komplett niedergemäht. Da ist der Singularitätsknoten. Genau. Den hat man gesungen. Oh. Jetzt aber raus, ja. Hast du ihn? Oh mein Gott, du hast ihn. Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Trudeck. Ah, da vorne geht's lang. Ist der eben so. Ja. Was? Nee, oder? Drück einmal. Ja, ja. Wenn die redet, dann funktioniert das nie so toll. Oh, oh. Das gefällt mir gar nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Erstmal Kisten aufmachen. Dafür... So viel Zeit muss sein. Man explodiert das Teil, wenn der Kern nicht da ist. Man weiß es nicht. Oh, brennende Kisten. Ob man die auch aufmachen kann? Ja. Geht alles. Ist im Spiel alles kein Problem. Ja, der hat ja seinen Anzug so heiß kann das nicht sein. Der würde auch sein Essen vom Grill ohne Ofenhandschuhe holen. So. Ach Gott, ich erinnere mich. Ähm. Ja. Ohne Spoiler und ohne irgendwas rüste ich mich mal aus. What? Wer ist das denn? Der Heyman. Ach, der Heyman. Wird jetzt gegessen? Ja. Konnte man da nichts machen? Das ist die Scheibe. Oh. Wir dürfen da jetzt zuschauen. Ja. Ach, das ist eine Scheibe. Ja. Die wir nicht kaputt kriegen, aber ja. Kannst ja gleich wieder Stase-Granate machen. Äh, Moment. Ich habe hier einen Eigeruch mit Stase geschossen. Moment. Jetzt Granate drunter. Wir hoffen, dass er... Naja, der bleibt nicht stehen leider. Schade. Ja. Das ist ein voller Hecht. Das ist doch ganz ein Rührer. Ganz ein großer bist du. Das müsste ihn erstmal verwirren, wenn ich ihm... Ne, das tut es nicht. Ach, das ist doch alles scheiße. Ist ihm alles egal. Ja. Das war's. Ich bin da nicht so sicher. Er sei recht tot. Ne. Aber die Granate muss ja ganz gut schaden. Ne. Jetzt kannst du mir den Rücken schießen. Ne. Wie schnell hat er sich denn gerade in Stase bitte schön umgedreht? Ist ja lächerlich. Wo es hilft? Wo es hilft? Wo es hilft? Hallo, hallo. Kuh. Okay. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja. Könntenhaft. Aber das ist auch... Der ist ja noch krasser als die normalen. Weil das ist ja sogar so ein dunkler Fetter. Ja. Oah! Kann ich nachladen? Ja, ich fass. Komm, komm, komm. Schieß. Jetzt vielleicht. So. Okay. So. Ja, wo ist dein Goodie? Warte. Warte. Du würdest mich jetzt nicht verarschen, der hat nichts abgeworfen. Scheiße. So billig wurde Hammond jetzt verheizt hier. Ah. Na, was heißt verheizt? Oh, da wäre ein Klingelbach gewesen sogar. Das hätte bestimmt Schaden gemacht. Irgendwie, wir nutzen immer noch zu wenig die Umwelt. Ja, ich... Links war noch eine Kiste, glaube ich. Ich bin immer so ein bisschen darauf konzentriert zu überleben. Wenn's hektisch wird, dann... Links neben den Flammen. Und da ist auch noch was, genau. Ja. Ey, dass der jetzt nichts abgeworfen hat, war doch eine Frechheit. Wahrscheinlich ist das irgendwo der Wand verschwunden. Der Energieknoten, den der eigentlich dabei hat. Ne, ne, so zwei Rubin-Dinger oder so. Wo der Infilt kotzt, dass du nicht... Da ist keiner. Wo soll er hier? Krista sein, hä? Da... Da links an der Wand. Da ist doch einer. Du musst erst durch die Scherbe durchbestimmen. Sag das doch gleich. Okay, wo ist Hammonds Leiche hin? Ähm, da. Ja. Ich hatte gedacht, dass man vielleicht noch einmal drauf drehen kann. Moment hier. Ne, du nicht. Tja. So, wir kriegen die Behörde, die es verdient. Wuiiii. Armer Kerl. Ah. Naja. Schon deswegen sagte meine Großmutter immer lieber arm dran als arm ab. Naja. So. Schauen wir jetzt nochmal weiter. Rüber. So. Vom Schiff kann man ja nochmal runter. Wäre vielleicht ratsam. Oh Gott. Aber erstmal küsten. Räumen. So viel Zeit muss sein. Wie schon gesagt. Ja, der einzige Typ, der hier noch lebt, sind wir. Aber wir evakuieren jetzt auch. Jetzt aber raus. Jetzt aber raus. Ja, schon. Ähm. Dem Brandfall bitte nicht den Aufzug. Ich glaube, ich habe auch gerade genau das Sam gedacht. Ja. Im Fall von kritischen Versagen der Treibstoffeindämmung, bitte nicht den Aufzug benutzen. Ich habe die Feuertreppen leider nicht gefunden. Ja, das Problem ist auch, wenn du Schiffe... Die sind gar nicht ausgeschildert. Das war nämlich das Problem. Ja, erstens das. Aber auch dadurch, dass die Schiffe ja so riesig sind. Also so groß wie Schiffe wahrscheinlich sein müssen, um dann durchs Welt rum zu fliehen. Ich weiß nicht, ob da Treppen, auf die man läuft, ob das praktikabel ist. Warte. Die haben halt solche Röhren. Bei Star Trek gab es immer diese Jeffreys Röhren hießen die. Und die halt praktisch damit durchs ganze Schiff kommen. Mhm. Oh. Ähm. Darüber wahrscheinlich. Ja, Sauerstoffzeit. Sollen wir jetzt schon runter vom Schiff? Yo. Geht's jetzt wieder auf die Ishimura. Aber sicher. Zurück nach Hause, sozusagen. Ach. Fühlt man sich gleich viel heimischer. Ja. Wie das andere Schiff halt auch nicht besser war. Ja, aber vielleicht gibt's ja hier jetzt keine Rennen in Aliens mehr. Ja. Ja. Da würde ich nicht drauf setzen. Ende des Vakuums. Aha. So. Moment. Was ist denn jetzt noch? Versuch. Oh. Ja. Soviel dazu. Schön, dass wir so ein paar noch rüber geschafft haben. Austauschprogramm. Mhm. Oh. Stopp, stopp, stopp. Das kann man ja nochmal machen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas haben, was wertvoll ist, aber... Äh, wir haben zumindest was zum Rausschmeißen. Der den Plasma Cutter? Nein. Irgendwas hat... Ja, hier Energiekanone. Genau. Hab ich nicht gesehen. Ist mir auf den Sack gegangen. Wollen wir noch einen Energieknoten kaufen? Wir haben 10.500 und brauchen keine Munition im Moment. Das stimmt. Ja, guck. Und wenn du meinst, man kann den ab... Also, das einzige, wofür man jetzt noch sparen wollen würde, wäre ein neuer Anzug. Aber wenn du meinst, es geht nicht mehr weiter, dann... Können wir jetzt auch... Ich... Ich weiß es nicht aus meiner... Also, es kann sein, dass vielleicht noch einer kommt, aber... Wie gesagt, das ist dann halt auch nur einer. Ja, dann kaufen wir auf jeden Fall noch den Knoten. Dann haben wir nämlich auch wieder zwei oder drei. Mhm. Und können bald wieder was upgraden, glaube ich. So. Was ist denn jetzt die Aufgabe? Wahrscheinlich zurück zu... Was ist denn hier Phase? Zum Besatzungsdeck. Ja, das klingt ja schon sehr nach Backtracking. Das machen wir noch und dann... Sind wir dann auch gleich durch. Ah ja, das ist ja schon die Monorail. Ja, das... Das war ja... Oh jo... Und damit... Nö... Nehmen wir noch die obligatorische Zwischensequenz am Anfang mit. Na gut. Meinetwegen. Die müssen wir dann ziemlich gezwungenermaßen abhaken, glaube ich. Ne, dann schauen wir uns das auf jeden Fall noch an. Die wieder viel zu laut. Einfach so... Brrrr. Mach du mich jedes Mal raus. Das Ende aller Tage. So, so. Das ist, glaube ich, auch die längste Mission ever. Was? Ja. Noch länger? Ich fand, wir hatten schon ein paar die ziemlich langweilig. Ach, hier war es genau. Ich erinnere mich. Oh, kommts gar nicht. Isaac, ich habe das Shuttle gefunden von dem Hemmensprach. Scheiße. Nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Okay, damit lasse ich euch jetzt einfach mal so zurück. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dead Space mit Marc. Und hier. Bis dann. Ciao.